servus und willkommen bei einer neuen folge von planetbase so am letzten haben wir ja alle meilensteine auf meisenäten geschafft wir machen uns jetzt mal auf die nächste die m klasse wo es keine atmosphäre gibt schauen wie das wird erst mal neuen namen jacks will nachdem wir einfach die standard position für landeplatz ja schaut doch recht gut aus so mal schauen was man jetzt hier in der startposition haben zwei arbeiter ein biologen ein sanitäter und ein ingenieur und einen transportroboter hier das ist alles oder was hier da ist das erstes kollektor ach komm nur ganz groß wie gesagt ob ich kannst du jetzt ganz groß machen ja irgendwas muss ich ja machen und da ich in der welt ja eh keine 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 kein wind habe keine atmosphäre genau tschuldigung denke ich mir ist es doch gar nicht so verkehrt wasserextrakte immer klein genauso ich weiß ich weiß es ist ein bisschen weit auseinandergebaut alles aber ich weiß es ist ein bisschen weit auseinandergebaut alles aber so kann ich sicher gehen dass ich auch genau da hinkommen so genauso ach können wir nicht ganz schnell machen oder ja haben wir noch zwölf gut 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 jetzt ist das erste mal eine entschuldigung da eine kantine hierhin oder ja hierhin entschuldigung mal kantine und hier die aufbearbeitungsanlage genau aufbearbeitungsanlage hierhin hier mache ich die schlafzahl hin ja naja das wird dir schön nachliefern metal bio plastik auch wenn ich nur gar kein nichts mehr jetzt da So Und schon wieder haben wir ein bisschen was Ist doch was So Ah ja Deckel weg, ganz vergessen So Oh, Überleben erreicht Weinstein Ach komm, zur Betten geht schon Mut zur Lücke Erbsenfeld Tomatenfeld Reisfeld Ja Und ein Heilpflanzenfeld War das gerade Autakry, was ich auch erreicht habe? Nee Brauchen wir nicht Aber ich bin schon vorgegriffen Ich habe es gerade eben erreicht So, 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 so Gut Jetzt Aber es ist nicht intelligent, in die Richtung zu bauen. So. So, genau. Ah ja, das habe ich vergessen. Siehste? Ich schlomo, ich... Mal schauen, ob das so reicht. Perfekt, Landeplatz steht. Jetzt habe ich hier erstmal Händler aus. Sanitäter kann ich erstmal weglassen. Ach, die ersten Kolonisten kommen raus schon. Ich habe gar nicht aufgepasst, was gekommen ist. Äh... Ah, ein Ingenieur und ein Arbeiter ist gekommen. Sehr schön. Baut da schon einer? Ja... Baut da schon einer? Ja... Hm. So. Das scheint doch auch schon mal gut zu laufen. Ja, die dann erstmal alle nach draußen. Sehr schön. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Na, komischer, komischer... Wo ist eigentlich mein Ingenieur? Wo ist eigentlich mein Ingenieur? Na, Ingenieur. Ah, was bringt der mir? Ein Biologen, ein Arbeiter. Gut, das ist auch definitiv... Weil es hieß zwar immer, Ein Biologe kann vier Pflanzen... Oder waren es bloß drei Pflanzen? Huh, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall... Denke ich doch, dass es so besser ist für die Pflanzen. Die Energiespeicher, die kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja gut, ist nicht ganz richtig. Ich kann es schon ändern. Bin ich ja auch schon dabei. Aber ich denke, das wird schon langen bis zum... Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Ausschalten. Ausschalten. Äh... Ausschalten. Ich war zu langsam. Ziffix. Hihihi. Oh ja. Ja, ach nee. Aber schau her. Das kann ich jetzt wieder aktivieren. So. So, so, so. So, so, so. So habe ich das. Kommt, da können wir noch ein Bett bauen jetzt. Der Energiespeicher ist auch gut voll. Der Energiespeicher ist auch gut voll. Und da. Ja. Dann kommt es euch halt mal. Dann kümmert euch noch mal mehr um. Ja. Dann reiße ich dieses Reisfeld noch mal ab. Und mache ich hier ein Salatfeld hin. Äh, genau, ich wollte hier einen zweiten Metallprozessor bauen. So. Ja. So. Aktiviere ich nochmal. Obwohl, nee, Quatsch, deaktivieren wieder. Das ist doch ein Heilpflanzenfeld, ja genau. So. Genau machen wir Labor. Da, 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 genau. Da, 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 genau. Da, 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 da. Der kommt ja gleich was nach und dann könnt ihr wieder essen. Ja und gleich ist es da, siehste. Hup, hat's gemacht. So, das sollte auch gegen die Essensvorräte-Knappheit-Arbeit, ne? Hm, die Labor hat kein Wasser. Das macht ihr mit Absicht gern. Entschuldigung. Ach, die sind schon gebaut, siehste. Ich lege noch einen. Ein mittlerer Wasserextraktor, ja. Ja, so arbeitest du schon zumindest jedes Mal. Ja, das ist doch gut. Die schauen noch gut aus, okay. Ja, ich weiß, dass die Essensvorräte immer wieder gering sind, aber die sollten ja auch gleich wieder fertig sein, da ist wieder Essen mehr da. Und die arbeiten ja auch, genau. Da ist auch gleich Essen fertig. Und dann sollte das Problem vorbei sein. Ah, genau. Jetzt haben wir einen verletzten. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt dann kommt. Das war jetzt wieder mal sauknapp mit der Mini. Boah. Ich habe jetzt lange überlegt, wo ich die hinsetze. Ich habe jetzt eine Sonnenelektur schon kurz davor. Ah, ah, da ist der drinnen. Haben wir da einen Arbeiter? Nein. Komm aus. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Der hat Strahlung abgekommen, siehste. Und der eine Arbeiter ist verletzt. Zum Glück haben wir schon vier. Ich hoffe. Jetzt sind wir jetzt selber schuld. Da war mal zu langsam. Einfach. Schlicht und einfach. Ach so, die müsste jetzt auch vorbei sein. Und jetzt. Da bau ich schnell eine Krankenstation. Und zwar hier hin. Ah, Mist. Der ist jetzt doch schon gestorben. Aber ich war jetzt voll zu langsam mit der Krankenstation. Es ist einfach so. Ja, dafür stehen jetzt die hier. Erst wollte ich sie eigentlich woanders hinbauen, aber jetzt egal. So. So. Dann wird ich auch gleich. Der eine verarztet. Das geht um. So. 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 Ja, es ist diesmal echt ein Überlebenskampf, muss ich jetzt echt gestehen. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Du bist wesentlich mehr Vorsichtiger. Gehst da echt ganz anders hin und überlegst dir mal, soll ich vorher, wie will ich das machen? Die muss ich jetzt auch wieder aktivieren. Auf jeden Fall. Was ist denn mit diesem Hals schon wieder los? Das nervt mich schon wieder. Ein Arbeiter ist gekommen, wunderbar, ist mein verlorener Schumann ersetzt. Was jetzt auch noch fehlt, ist eine Fabrik, definitiv. Die Fabrik kommt hier hin. Aber jetzt brauche ich auf jeden Fall erst nur mehr Biologen. Die sind jetzt definitiv wichtiger. Die Struktur ist gebaut, sehr schön. Ja, ist schon alles ein bisschen knapp. Kommt jetzt was? So, ich habe auf jeden Fall genügend Arbeiter. Ah, hier fällt sicher, jetzt habe ich noch einen zweiten Sanitäter, ja. Doch, doch, das ist auf jeden Fall geschickter. So. Das ist so auf jeden Fall geschickter, ja. Das ist gut. Ich hoffe bloß, die Eruptionen kommen hier nicht so oft vor. Das war natürlich wieder zu viel Sanitäter, aber nein. Das kann ich natürlich jetzt auch nicht so steuern, nein, ich will keine Wachen. Ich will jetzt definitiv erst mehr Sanitäter. Sanitäter, sag ich schon, bin ich bedroht. Guck. Äh, mehr Biologen. Die Ersatzteile sind noch gut, das Arzneimittelchen auch noch, obwohl die sind wahrscheinlich voll, oder? Ja, Lager muss ich auch bald bauen, aber... Das, was der produziert, ist bald verbraucht. Jetzt da. Also, komm jetzt, also das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt irgendwo ein Scherz, oder? Also, also... Wir bauen einen zweiten Biodom, und der kommt auch hier hin, ja? Doch. Biodom. Und ein Wasserspeicher. Hier. Hier. Äh... Ich bin... Ah, endlich! Jetzt kann ich die nämlich wieder ausschalten. Ja. 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 Mhm. jetzt liefern sie energie also füllt mir einer noch energie wieder auf okay wie leer ist er geworden oder ist der ist ja fast ein viertel ja ja die nahrung der es aber immer voll mit nahrung ja 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 einen zweiten essensfertiger kann ich jetzt schon hinsetzen ich brauche jetzt auch mehr bio plastik definitiv gut gut das ist ja schön gemacht das sehe ich jetzt erst mal hier auf dem hintergrund das ist doch schön oder das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht ja dann wäre ich glücklich ich platt gewesen dann wäre ich platt gewesen du und und müssen die immer so nah bei mir landen das ist doch zum boah ja der essensfertiger steht jetzt auch gleich schön wir kommen die bio dom ist noch neunzig jetzt haben wir dann gleich wieder ja es wird es wird aber wir kommen jetzt auch definitiv an den punkt wir brauchen ja so ne lager doch aber jetzt will ich erst das bio domchen bauen ja komm ja komm ne 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 definitiv die energie brauchen wir jetzt eineinhalb mehr 44 doch doch das schaut alles gar nicht mal so verkehrt aus muss ich jetzt nicht sagen auch weil ich mich jetzt schon mehrfach wiederhole Entschuldigung nochmal so ja wie gesagt jetzt muss ich auch noch bisschen auf den Bioplastikprozessor warten ja ich bin überrascht dass das der Entschuldigung nochmal Entschuldigung bitte nochmal Mann 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 ich hoffe es ist jetzt weg so das haben wir das haben wir ja Lager wäre wichtig wie gesagt ja aber aber jetzt soll erstmal die beiden noch nicht ich bin grad mit dem Bioplastik ah gut der hinten wird gleich gefüllt wird gefüllt grad das läuft so wie ich gedacht hab das läuft so wie ich mir das gedacht hab das ist schön gut jetzt muss bloß noch der Ingenieur die bauen und die ersten Lebensmittel sind auch schon gebaut und super genial genial muss man einfach so sagen dann 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 So, so, so. Jetzt bauen wir erstmal ein Lager. Doch, doch. Ja. Da baue ich erst ein Lager. Das finde ich jetzt persönlich wichtiger. Doch, doch. Ja gut, wie gesagt, Bioplastik dauert nur ein bisschen, aber ich arbeite mich jetzt doch lieber vorsichtig hervor. Schon wieder. Das ist doch, schon wieder habe ich einen Frosch im Hals. Ich habe jetzt auch nichts zum Trinken da. Ich kann mich da bloß für entschuldigen gerade. Ja, aber auf jeden Fall. Ich denke mal, wir stehen gar nicht so verkehrt jetzt da. Ich denke, wir sind jetzt doch gut gewachsen. Ja, ich glaube, mehr als doppelt so viele, dreimal so viele Kolonisten, wie wir gestartet haben. Nehlung baut sich so langsam auf. Ja. Ich sage, das werde ich nachher wieder umbauen mit dem... Obwohl, die lasse ich da den Einzelnen. Ja, da, wie gesagt, da werden wir schon... Da werden wir schon... ...was finden, dass das funktioniert. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst auch ein Abo da. Würde mich sehr lieber freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Servus. Wir sehen uns mal. Tschüss. 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 Tschüss.